Ok, der ist hier schon verdorben. Ja, was ist denn? Warte, ich muss hier erstmal einen Rot holen. Achso, oder? Hier wird das Steilnis mal dahin gebracht, genau so war das, ja. Und freigeben. Ok. Da muss irgendwo noch ein Stein liegen. Irgendwo muss hier noch ein Stein rumliegen. Ich würde es mal stark behaupten. Noch einen zweiten Brauch, ich wüsste aber nicht. So. So, drücken wir mal die falsche. Das ist nur der eine. Warum? Was ist mit dem anderen? Warum funktioniert der zweite nicht? Ich bin noch nicht ganz dahinter gestiegen. Ich bin noch nicht ganz dahinter gestiegen. Jetzt ist der ange... Hä? Ich verstehe es nicht. Okay. Bin ich jetzt so blöd oder was? Jetzt geht nur der eine an. Wenn ich nach vorne renne, geht der wieder aus. Ich schaue nochmal was hier hinten war, ob ich noch irgendwas vergessen habe. Bin ich jetzt so blöd, das Rätsel zu lösen oder ist es wirklich so schwer? Weil ich glaube ich bin zu blöd. Gut. 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 Gibt es ist die, die sie sind. Was steht denn da? Geh einfach näher ran jetzt, Mensch. Näher ran. Ich brauch drei Steine. Drei Steine brauch ich. Wo soll ich die anderen finden? Liegen die irgendwo rum? Oder, oder, muss ich die bauen, oder? Nicht nur was. Kann mir da einer helfen? Irgendwo muss doch noch so ein Stein rumliegen, oder nicht? Aber ich kann halt nicht zurück. Nein, ich muss ja... Ich muss ja da geradeaus. Was ist eigentlich mit dem hier? Hm. Ich würde vorher das Ding sammeln müssen, damit es kaputt geht, oder? Ich bin, ach, ich muss, ich bin, hey, ich bin ja nicht blöd. Irgendwie muss man doch die Dinger kaputt kriegen, oder nicht? Irgendwoher muss ich ja noch einen Stein finden. Ich kriege es durch Gummi in Investoren. Er ist in Pakistan. Sieht, es war so, dass es zu einem из den Kindern伺元. Der Wald ist zu gefährlich, Toro. Das Stadt ist das sicherste Ort für dich. Wenn du zufrieden kannst, kannst du es zurück, bevor die Sonne. Ich komme für dich, wenn mein Arbeit hier fertig ist. Hier ist nichts zum mitnehmen. Hier geht's. Ich brauche wirklich drei Steine. Jetzt geht aber der gleiche auf. Ich brauche sicher drei Steine. Aber woher? Wo nehme ich die anderen zwei Steine her? Also zurück komme ich mal nicht. Das ist schon mal klar. Irgendwo müssen hier auch noch Hinweise rumliegen. Sachen, die ich benutzen kann. Das ist nur das Warp. Wenn ich das da vielleicht kaputt machen soll. Bin mir nicht sicher. Ich habe erst so eine komische Kugel gehabt, die ich Sachen kaputt machen kann. Aber ich wusste nicht, dass ich die brauche. Das ist einfach nur ein simpler Trick und ich komme nicht drauf. Aber meines Erachtens sieht das so aus, als ob ich drei Steine brauche. Das bleibt ja nur einer an. Aber einer ist halt zu wenig. Also muss ich ja irgendwo noch einen haben. Oder noch zwei, besser gesagt. Drei so eine Dinger brauche ich. Das ist, wenn ich den in die Mitte setze. Das ist, wenn ich den in die Mitte setze. Ich habe keine Ahnung. Ich gehe hier oben noch mal schauen. Irgendwas muss es doch geben. Warte mal, es ist der einzige Weg, der hier rausgeht. Ich schaue noch mal auf die Karte. Da hinten geht es auch noch lang. Dann gehen wir mal da hinten schauen. Ja, aber da komme ich ja nicht hoch, oder? Ah, da komme ich nicht hoch. Da geht es noch lang, ja. Aber da brauche ich halt diese diese Rottdinger. Hier ist noch dieses Warp. Ich muss einfach noch mal alles in Ruhe durchschauen. Dann werden wir weiter sehen, ob ich schaue oder nicht. Vielen Dank.